Ja, ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich das Foul da in der dritten Minute angesprochen wird. Aber ich habe gerade mit ihm gesprochen, habe gesagt, buch, war schon faul. Er sagte, ja, Trainer, aber, naja, er wollte sich auch dementsprechend schützen. Er sieht, den Spieler kommen, hält den Arm raus, aber trotzdem brauchen wir nicht darüber reden. Das ist, ich weiß, Jürgen, dass du da jetzt so glaubst, dass du jetzt eine andere Meinung bist. Aber letztendlich hat er auch gesagt, er war lange nicht auf dem Platz gestanden. Wir wissen, dass er gerade mal ein paar Tage auf dem Platz gestanden ist. Und die Koordination sicherlich auch noch fehlt. Aber Absicht war das mit Sicherheit keine. Seine Spielart ist halt einfach ein Aggressiv-Leader und ich bin froh, dass ich ihn habe.